Das hier ist die Mini. Die Mini ist in Kärnten, würden wir sagen, ein Grandsterben. Das ist immer schlecht aufgelegt. Man kann sie alles fragen. Man kriegt immer blöde Antworten. Da oben im ersten Stock, das ist die Bum-Bum. Ich zeige Ihnen mal, was Sie nicht machen sollen. Sich irgendwie unter einen Affenschauer stellen. Es kommt nämlich hier sehr schnell zu örtlichen Regenschauern. Ich kann nicht weiter rauf, leider. Ja, also Bum-Bum ist die beste Fängerin hier. Sollen wir uns gleich mal überprüfen. Wenn sie nämlich einen guten Tag hat, dann schafft sie Futterstücke mit einer Hand zu fangen. Also das erste Stück steckt sie mit dem Mund. Das zweite Stück fängt sie wieder mit beiden Händen. Das dritte oder vierte schafft sie mit einer Hand. Probieren wir mal. Okay, Bum-Bum, bist du bereit? Und eins. Zwei. Und ohne Halt. Ah, bitte auch. Also, die Bum-Bum, die kann da oben super fangen. Aber... ... ...